Eine Verbindung mit Rathikas Seele wird durch das Schicksal erzeugt. Rathika war die Anführerin der Rodentianer, die durch ihre Rebellion gegen Kaiser Indrik vereint waren. Du kannst die Verzweiflung fühlen, die sie dazu gebracht hat, sich in die Unsterbliche zu verwandeln. Eine Kreatur, die scheinbar mit dem Wohnen verbunden ist. Du wirst zu Rathikas letzten Morgen zurückkehren können. Becoming Deathless unhinges your physical and mental limits, but at the cost of your emotions. Perhaps this is what it means to lose your soul. Or perhaps becoming Deathless strips your soul of artifice, revealing your true nature. Who knows? We owe this victory to you. I will ask the Emperor to help you find what you seek, when he arrives. I wonder what kept his highness, to not march with his army. It is unlike him. What could... By the gods! Once again, the giant snake Voden, avatar of the Great Void, surges forth to devour the world. The chain of events triggered by the death of the godless Priestess have played out as they have before. The truth must be found, and Voden must be stopped. Neue Information erlangt, Draga kann altpyriganisch lesen. Aha. Rathika flieht aus dem Gefängnis und wird zu einem schrecklichen Wesen einer Unsterblichen. Wie erwartet, erscheint Indrik nicht zu der entscheidenden Schlacht in Rodentia. Die kaiserliche Kriegsmaschine Iontrex Fury ist mit dem kaiserlichen Siegel verschlossen. Du hast die Schlüsse zum rodentischen Siegel von Radica erlangt. Neue Information erlangt. Vera besuchte Jorborgs Tempel. Vielleicht ist sie durch die versiegelte Tür gegangen, dorthin, wo die Kaiser bekram liegen. Kann ich jetzt nicht theoretisch, wenn ich jetzt mit dem Pygurianisches Siegel erlangt. Eine großartige Kriegsmaschine, die durch ein uraltes Siegel, das das Wappen Pygarias regt, angekettet ist. Verständnis strömt in dein Geist. Du hast gelernt, wie man Pygurianische Siegel entsperrt. Ähm. Kann ich jetzt nicht mit dem wissen, wieder in Lodrims Geschichte, um dort diese eine Tür zu öffnen. Du gewinnst Energie, indem du Feind in eine ununterbrochene Bewegung triffst. Wirst du getroffen, wird der Bewegungsfluss unterbrochen. Okay. Da ist jetzt Radica. 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 Du hast jetzt eine Verbindung mit ihr Herz, und kannst du zurückkommen, zu ihrer Last Dawn. Aber kann sie vertraut sein? Und das Seel Drager hat das Seel unlocked? Du hast das Seel in Jorborgs Tempel, beschädigt die Imperialen Krypte. Ja. Und wenn der Geräusch wahr ist, wird die Priestess da gewesen. Greife und werfe Feinde und Objekte. hat einen Cooldown. Drücke. LB. Ah, ja. Ach, das da oben ist keine Uhr, das ist meine Fähigkeit. Okay. Kann ich... Kriege ich noch was? Habe ich noch genug? Na? 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 Boah, aber grad so, ey. Was gibt's noch? Tödlicher Hieb. Ah. Töte sofort einen Feind in der Nähe. Halt und loslassen. Y. Okay. Was kann ich mir kaufen? Ich kann mir... ...mehr schaden. Reduzier die Wartezeit bis zur erneuten Einsatzmöglichkeit von Lodomir. Äh, von Lodomirs Boxerzorn. Die sind ja nicht so teuer, die kann ich ja mal nehmen. Erhöht das... Erhöht das Energiemaximum deinen Nebel. Reduzier die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz. Reduzier die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz. Warum kann ich bei ihr nochmal? Und bei ihm nicht. Erhöht den Schaden, der durch den letzten Angriff einer Kombo... Mhm. Gesundheit, Energie... Das... Ich denke, da hab ich gut eingekauft. Wäre er besucht Tempel Blar, vielleicht ist der Siegel die Tür gegangen durch den Monarkaiser. Wir könnten ja dann nochmal da hingehen, oder nicht? Ich mein, ich kann ja jetzt das Siegel. Was ist der entscheidende Moment? Ich glaube, das ist da, wo das Tor ist, ne? Da hinten. Warum sind die so schnell nicht so furchtbar langsam? Oh Gott, es läuft ja schlechter wie viel Sätze mal. Weil er nichts macht, der stand die ganze Zeit da hinten. Der Penner. Ja, den Text kennen wir ja schon. Finde ich aber echt gut, dass ich das dann nicht von ganz von vorne spielen muss, sondern auch dann Teile überspringen kann. Kann ich das jetzt tatsächlich? Ich kann es tatsächlich öffnen. Ah, die Musik. Der erinnert mich so an den... ...an den DonTag-Anime. Ich liebe den Soundtrack davon. Okay, das mache ich jetzt alleine. Ich muss echt lernen, mehr auszuweichen. Ich vergesse das ständig, weil ich dann so drin bin. Boah, das war knapp. Da ist nur ein Siegel. Was ich immer noch nicht öffnen kann. Okay. Okay. Das war zu weit. Ich kriege schon wieder keinen... ...keinen Tod-Bonus. Oh, das muss ich von hier anfangen. Weil ich sagen muss, wie Amber sieht das ja nicht aus, was wir sammeln. Weil Amber ist normalerweise mehr so Bernsteinfarben. Hätte man vielleicht auch anders nennen können. Crystal Shards oder irgendwie sowas. Ah, da, 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 da. Das Blaue macht es ein bisschen leichter. Nur wenn man halt mitten in der Luft ist, weiß ich dann halt nie. Und hier kann ich nicht mal runter gucken. Ah, okay, da ist eine Treppe. Oh. Zwischenboss. Die manchmal nicht ausweicht. ... Das war's. Er macht aber echt viel Schaden. Oh, ich würde das gleich machen sollen. Einfach drauf. Wah! Liebe Kamera. Danke. Ich habe aber nichts mehr. Schade. Hallo, Ratte. Hätte das Bild aber helfen können. Das sah aus wie eine Erinnerungsstatue, aber... Ich kann ja die Kamera nicht bewegen. Verbot in der Krypta. Oh, die kann ich nicht ändern. Oh, wow. Oh. Oh, oh. Grausamkeit. Indrix Grausamkeit ist offenbart. Romenzeit erlangt. Gratuliere, du hast deinen ersten großen Durchbruch bei deinen Nachforschungen errungen. Ich habe doch nur gar nichts gemacht. Hast du nur eine Vision von Veras Vergangenheit gesehen? Das ist nicht erwartet. Ich habe viel zu dir, also ich muss dich zurückbringen. In der Kammer von Jabbok Sempel war Vera in großer Not, der Gnade von Kaiser Indrix ausgeliefert. In Jabbok Sempel gibt es ein Tor, das mit dem kaiserlichen Siegel verschlossen ist. Es führt zu einem kaiserlichen Krypta, deren Wände mit Inschriften auf altpykoreanisch beschrieben sind. Vera besuchte die verbotene Krypta in Jabbok Sempel, wurde aber von Kaiser Indrix gefangen genommen und verletzt. Entdecker-Bonus. Wann kriege ich denn mal so einen Entdecker-Bonus? Tötet zuerst die Feinde mit dem höchsten Rang, um die Moral zu senken und Feinde zum Aufgeben zu bewegen. Ah ja! An omen Der Vision Gute Frage. Äh, buh. Ah, weiß ich nicht genug. Habe ich davon denn genug? Kann ich irgendwas machen, Lü? Ähm, und da kann ich mir jetzt halt... Immer noch dasselbe. Ähm. Mit ihr haben wir ja noch gar nichts gemacht. Rattika. Wenn Indrik für den Tod der Priesterin und für das Bevorstehen, äh, Bevorstehen Ende der Welt verantwortlich ist, kann die einfallsreiche Rattika dazu beitragen, die Wahrheit aufzudecken. Der Feind deines Feindes. Na, du weißt schon. Ja. I will pray for your success, Harbinger. Rattika. Ja. Ich kriege. Ja. Erika. A cage is a cage. For a cage is a cage. A cage is a cage. On a cold night, a thousand screams broke out. Uninvited guests put claws to the test. It had all the blood. There's no match rod. Is a mouse to be freed? Or a mouse is to bleed? For a cage is a cage. Is a cage, is a cage. For a cage is a cage. Is a cage, isn't it? For a cage is a cage. Is a cage. Is a cage. Is a cage. Boah, was für eine schöne Stimme. Ich würde auch gerne singen können. Boah, that was a properly dramatic way to inform. How did you do that? Actually, scratch that. Why did you do that? She's dead. Vera is dead. Do you know that? Of course you know. So then, you are here because... No? Sticking to the silence's golden approach? Okay, then it's up to me to fill in the blanks. You are here because you must need something from me. Aha, yes. You are patiently waiting, which means you know I can in fact help you. I will steer you to Indrik. But we must act together. He is cunning and a cruder villain than you can imagine. He destroys for his own gain, no matter the cost. He has taken countless lives. And now the godless priest is too? We have to nail him. Right now, everyone thinks he's at the battle in Potentia. But I know better. Spies? Right under his nose. Follow me. I know a shortcut. Also, bisher mag ich die Synchro eigentlich ganz gerne. Da war jetzt nix, wo ich sag so, boah, war das scheiße. vào Örには noch nein. Vielen Dank.